Heiße oben ohne Schnappschuss – Daniela Katzenberger zieht blank Weihnachtsstress hat bei Daniela Katzenberger keine Chance. Der Baum war rechtzeitig geschmückt und alle Geschenke besorgt und eingepackt. Damit sie nun entspannt die Beschirung mit ihren Liebsten feiern kann, hat die 31-Jährige sich vorher noch ein wenig Ruhe gegönnt. Dafür machte sich die Katze nackig und sprang ohne Bikini-Overtail in den Pollen. Ein bisschen Entspannung muss eben sein. Über den heißen Schnappschuss, auf dem Danielas nackter Rücken zu sehen ist, staunen die Fans übrigens nicht schlecht. Und jetzt bitte einmal Ideen, witzelt ein Facebook-User. Doch den Anblick darf wohl nur Lukas Kordalis genießen. Keine Panik, ich bin immer noch zu Hause und gehe nicht oben ohne an irgendwelche öffentliche Hallenbäder, stellt Dani schnell klar. Will ja niemanden erschrecken! Witzel